Jugendarbeit wird sowohl weiterhin im analogen und digitalen Raum stattfinden. Ziel muss es sein, dass sich die gesamte Jugendarbeit mit Digitalisierung beschäftigt. Hierfür ist auch eine Sensibilisierung aller JugendarbeiterInnen für das Thema notwendig. Und im Berufszeit bedarf es in der Ausbildung und Ausgestaltung der Jugendarbeit mehr digitale Kompetenzen. Untertitelung des ZDF, 2020